Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem Horrorspiel mit Sebastian und Danu. Gruselig! 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 Ich mag die Spiele überhaupt nicht eigentlich, aber hey, Halloween! Es ist ne Alpha-Version von Get the Fuck Out. Und ihr seht da schon die anderen beiden. Es ist ein Koop-Shooter, der aber trotzdem einem Horror-Gefühle geben soll. Don't move when their hearts beat. Nach dem Intro wird's leiser. Okay. Das heißt, wenn wir schlagende Herzen hören, sollten wir wahrscheinlich aufhören uns zu bewegen. Okay. Es gibt irgendwelche Monster oder so, glaube ich, die uns angreifen. Dafür würde ich jetzt auch mal erst ausgeben. Gleich deine Mutter, Peter. Aber... Also das ist jetzt hier aber nicht gerade in der richtigen atmosphärischen Stimmung, solche Deine-Mutter-Witze. Aber deine Mutter ist aber auch schon ganz schön gruselig. Okay, gather information about the location of HSU 932. Ah, du musst da. Ah, da. Was ist das? Wir haben hier. Hier. Ist das theoretisch so ein bisschen Open-World? Kann man sich hier theoretisch einfach umgucken? Mit F könnt ihr übrigens euer Licht anmachen. Oh, das ist sehr gut. Das müssen wir wahrscheinlich ausmachen, wenn wir dann andere Leute, andere Viecher sehen, ne? Damit die... Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts gewesen. Damit wir uns verstecken. Hinter dir, Peter! Da ist gar nichts! Lügt da! Ja, aber vorne ist was. Ich hab'n... Ich hab'n Tracker. Da ist was! Da ist ein Aschgesicht! Deine Mutter! Das war ganz schön laut. Unserer, ähm... Neun. Klar. Da kommt was ange... Lord, was ist das denn riesiges? Ähm... Und was kleines. Oh! Okay, also das ist das letzte große Wesen, was da kommt. Auf meinem Ranar. Ja, sehr gut. Hast du ja einfach immer hin und her, oder was? Ja, das ist in den Schrank gelaufen. Okay, mit dem Hammer. Aua! Das ist wirklich ein Schaden gemacht! Mit dem Hammer, Peter! Hau mal die Beine! Hau mal auf die Beine! Hau mal auf die Beine! Boah, du machst den kaputt! Was hast du denn? Yo, Alter! Du machst da Teile raus! Ich glaub, es ist am Arsch! Ich glaub auch! Ja! Wir haben den auf jeden Fall am Arsch! Holy Shit! Wir haben's ja komplett auseinander genommen! Guck mal, wie's jetzt auch einfach in der Wand drin bakt! Alter! Ja, das ist vielleicht auf verschiedene Ebenen ein Horrorspiel. Lass mal bitte die nächste Gegnerwelle versuchen, äh... Hier liegt Jay! Mit Millis zu machen, äh, weil dann ist er leise. Okay! Hier hinter der Tür warten... Fünf Stück! Okay! Du hast doch ein krasses Radar, oder was? Ja! Einer direkt vor uns! Da, der da! Wenn ich grade anleuchte! Ja, jetzt kommen sie! Ja! Zwei Stück sind aggro! Oh Leute! Der hat mir seinen Lümmel ins Gesicht gehauen! Ich hab's ihm seinen Kopf abgehört! Da ist noch einer aggro! Geradeaus weiter! Hinter der Wand kommt hier auch einer! Ja! Oho! 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 Da kommt noch 34 Leben, Leute! Da kommt uns nicht so gut, diese Idee! Ich glaube unsere Taktik mit dem leiser sein funktioniert einfach so oder so! Da kommen noch von vorne! Oh mein Gott! Norden! Ist aggro! Du darfst auch mitschießen übrigens, ne? Ja! Einer spottet! Ich wusste... Der ist dahinter, ne? Der ist hier oben auf der Treppe! Geh mal rein! Oh, ich seh euch durch die Wände durch! Das ist gut! Okay, die Musik ist ruhiger geworden, das könnten alle gewesen sein! Norden 345, aber ist noch hier in der Wand! Was heißt denn 345? Oben ist ein Radar! Ah, okay! Hier in der Wand sind ganz viele! Ja, auf damit! Aber hier können wir nicht aufmachen! Hier geht's nicht lang! Aber da ist auf jeden Fall Full House! Okay! Vielleicht müssen wir die Treppe hoch und dann können wir da runter gucken! Terminal Maintenance System, da sollen wir hingehen! Woher sollen wir... Wir können Tab drücken und da sehen wir ein bisschen was! Oh, da kann ich sogar drauf malen! Oh, da kannst du malen! Geil! Hat ja nicht lang gedauert! Okay, wie kann ich denn auf der Map scrollen? Ah, mit mittlerer Maustaste! Mittlerer Maustaste gedrücken, ja! Guck mal, hier ist eine Tür! Also da oben sind wir! Und hier ist auch irgendwas! Und da ist auch irgendwas! Ich stehe doch neben euch! Und da ist auch irgendwas! Ich glaube von hier kamen wir halt! Das ist der Weg, wo wir angefangen haben! Ich glaube das sind Truhen, die da liegen! Kann man aufmachen! Oh, man kann ja auch ran suchen! Ja, hier sind Boxen! Hier ist eine orange Box! Kann man aufmachen! Medipack! Ja, nice! Ich benutze mein Medipack hier! Boah, wie er es sich anguckt! Alter, guck mal! Ja! Medipack, Junge! Zieht es euch rein! Hier! Ich hab eins und du nicht! Medipack macht 20 und kannst du auch auf andere anwenden! Aber dann gibt es ja noch mehr Kisten! Auf der Karte waren die Kisten ja drauf eingezeichnet, ne? Hier vorne ist noch eine! Hier ist noch einer! Ja! Was haben wir da drin? Und da ist drin... Glow Sticks! Jawoll Leute! Geil! Party Party! Die wollte ich schon nicht mehr haben! Ist das hier oben? Guck mal hier ist auch eine Kiste! Ah! Großer Schrank! Da drin ist... C-Foam Granate! Ja, cool! Das war die C-Foam Granate! Was wirst du denn für die Scheiße? Alter, du bewirschst mich hier mit grünem Shit, Junge! Das sind closed days! Okay! Dann heißt... Okay! Wo geht's denn weiter? Ja hier oben die Treppe! Komm hier! Hier genau wo ich bin, ist glaube ich hier der Durchgang, oder? Oh hier! Mach die Tür auf! Kannste rausgucken! Hier waren wir schon! Geißer! Ich würde hier lang gehen! Okay! Hier geht's lang! Na da! Warte mal! Aber da kommen wir her, ne? Ja genau da! Komm mal hier rum! Ne da hinten! Hier ist die Tür! Hier ist die Tür wo wir hin wollen! Sicher? Ja! Dahinter sind nämlich Gegner! Aber hier ist auch ne Tür! Ja klar kommen wir da hin! Ich bin schon da! Hier sind sogar zwei Türen! Ah hier komm mal rum! Ja aber hier da du! Da ist die krasse Tür! Die ist aber... Hier braucht man Key Red 859! Ja wow! Hab den wer? Nein! Peter! Bring den mal mit! Okay! Hierfür braucht man... Das ist mein... Ach meine Flashlight ist... Und für die Tür da unten? Brauchste auch nix! Wahrscheinlich im gleichen Raum! Jo! Ist der gleiche Raum! Gegner rechts! Sechs, sieben Stück! Hör sie auch! Scheiß auf Slow! Alle 8! Moin! Okay damit haben wir jetzt schon gerechnet! Mit nach meinen Worten Scheiß auf Slow! Oh die können Leiter laufen! Autsch! Autsch! Alter die machen vor allem so... So Fliegegeschosse! Die... Ein Treffen! Voll asozial! Ähm... Mini ist ein Problem wenn ich gehört! Oh oh oh! Das ist natürlich... Echt? Ich hecke mich gerade ein! Hier kann man es nicht einmal dran schreiben! Äh... Oh was? Ich schreibe hell! Ja! Na du! Wir brauchen gerade genau das von dir! Ja! Aber Sebastian hat einfach die nächste Tür aufgemacht und hier kommt einfach alles! Ja die war halt da! Ja aber die war nicht offen! Die war schön zu! Oh! Ich hab noch 90%! Ich bin zuvor tot! Hier! Momentje! Was machst du da? Hat der Messer in den... In den Spiken gerafft? Nee! Ich habe noch 66%! Ich geh einfach alles! So darf ich jetzt hier mal an den Rechner. Ja! So! Ich bin gerade im Root Verzeichnis! Mach mal Format C Es gibt einige Commands die ich ausführen kann Nenne sie Clear the Terminal, Screen, Exit, Ping, List Es dauert, es ist ne lange, ach du Scheiß Das hat mit den Türen zu tun Alright Es gibt 5 Security, 6 Security Doors War es mir schon zu Umständen, da gibt es noch mehr Ach du Scheiße Ah da gibt es die ganzen, welche Lockers es gibt und Boxen Geh mal Format Reicht jetzt Mach mal Security Door 2, 93 auf bitte Ich mach nochmal Help Fang nochmal um machen Oder Security Door 3, 26 Das ist nur ein Infosheet Wie das nur ein Infosheet Kannst du selber mal reinschauen, da steht richtig viel drin Na das ist ja kacke Da kommt übrigens, warum war hier gerade ein Ping Was für ein Ping? Gegner Ping Kommands Clear the Terminal Try to ping in 1, 2 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 Ping Key No item found with name Das ist ja Quatsch Da, Example Ping Key 1, 2, 3 Wie heißen die Nummern Ping Key Wie heißt die Nummer Ich habe gerade gesagt, hat mir keiner zugehört oder was? Was hast du gesagt? Wie der Key heißt Also nichts habe ich gesagt, als wir da waren Ich renne gerade hin, warte Nee, das siehst du auf der Map, guck dir das einfach auf der Map an 8, 5, 9 Red, 8, 5, 9 Red, 8, 5, 9 Ja, Key Red, 8, 5, 9 Key Red, 8, 5, 9 Red, 8, 5, 9 Oh, waiting for a replay Request timed out Ping failure, out of range Could not find Key in Zone 12 Ja okay, dann ist er hier halt nicht Dann ist er hier nicht Wow Okay Use command Query Key Red 8, 5, 9 Oh fuck Der hat hier wieder eine Tür aufgemacht Ey Dalu Hier Security Scan Full Item Ja wir müssen alle da rein, da kommt wohl was Get in Zone 11 To get close enough to find the Item Wie ist das denn bei den anderen Security Codes Was ist hier Peter? Hier piept was Es piept Ganz schlimm Peter Alter Hier ist doch ein Kreis auf dem Boden Peter Du musst hier rein Das ist Zone 11 Hier wollen wir hin Das sind übrigens Gegner Direkt vor uns Nord Aber Wieso Er scannt Ah Jetzt? Ebel, wursch Aber wir sind gut Jetzt dürfen wir rein Okay Ihr müsst jetzt vorgehen Ich muss hier bleiben Hinter dieser Wand Hinter dieser Wand lauern direkt drei Gegner Er ist genau hinter der Tür Er ist genau hinter der Tür Ja lass uns erstmal hier umsehen oder? Ja erstmal Medi-Kits Vielleicht gibt es hier ja noch Medi-Kits Hier ist ein Fog Repeller, den habe ich schon Vielleicht braucht den einer von euch Hier hinter sind vier Gegner Hier ist ein Schrank Granade wieder Die C-Form Nade Kein Medi-Kit Okay hier hinten scheint nichts zu sein Näh Ja dann Das sieht nicht gut aus Müssen wir mal da rein Da hinten die Tür aufmachen ne? Welche Tür wollen wir? Hier ist auch ne Tür Hier ist auch ne Ja mach mal auf Da geht es auch zu 11 Das sind schon 11 Oh ich höre irgendwas Oh da sind ganz viele Versteck mich hier hinter Ich glaube Ich glaube die hören Die sehen glaube ich auch nichts Das sind auf jeden Fall jetzt active Das sind ganz viele Leute das sind mega viele Leute Komm zurück lieber damit wir backtreiben können Da wo du siehst Echt übel Ich habe keine Muni mehr Ich habe die Ange Boah Wie viel Leben habt ihr noch? Wieso kann ich nicht Wieso kann ich mit meiner Sentry nicht schießen? 20 noch Musst du die vielleicht ausstellen? Da gibt es scanning Wie scannt der? Rounds remaining? Okay ich glaube das waren alle Gegner Ich glaube die Gegner Sehen auch nichts Also wenn wir uns gleich mit Ohne Taschennamme Also vielleicht über die Licht wahrnehmen können Ja Jetzt kannst du das nach dem Keeping ne? Sollen wir nochmal wie der Key Red Und dann? 8 8 5 9 Oh mein Gott Ich habe gerade ne Box Ich habe gerade ne Kiste geknackt Nice Hier war ein Ammo Pack drin Geil Das ist gut Okay seht ihr wo der Key Sepp wie hast du das Medikit benutzt? Sepp wie hast du das Medikit benutzt? Mit E gedrückt halten Nice Okay Das ist jetzt strange Was hast du für ne Meldung gekriegt? Ping success Key Red 859 Found in Zone 11 Area E Okay wir sind bei B Also wir müssen nach E Ja okay Wir sind hier in B Und hier geht's C Wahrscheinlich müssen wir halt durch B Durch C Aber lass doch mal gucken Ob wir hier nicht anderen Weg finden Kann ja sein dass es ein Rundgang ist Hier ist D Hier ist D Nach D kommt E Immerhin Guck mal da hinten Wie viel Leben habt ihr noch so? Ex-4 20 40 30 Läuft ja raus Hier ist halt D Also D ist wahrscheinlich dann am nächsten Hier ist der Raum den wir schon kennen Ja Okay Schau mal hier rum Entry ist echt Mach mal danach Taschennumber aus Ja hab ich schon Mach mal auf Ducken 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 Nach dem Da kommt was Große Alter Ja das ist das große Ding was wir schon kennen Oh Gott Ich hab den mit nem Fog Repeller beworfen und ich weiß nicht was er da ist Oh Gott Soll ich hier mal eine Sentry hinstellen? Meine Das geht ja Kann ich wieso gerade nicht mehr machen Könnt ihr nicht mal hier hochkommen? Der schießt halt zwei Homing Missiles oder so Ich hab das noch nicht verstanden wie die Sentry hier geht Ja Läuft er die ganze Zeit hin und her Nee jetzt bin ich auf der Leiter Ja Ja Bei Taschenanbau schon seh ich nix Sorry Jetzt zeig mir irgendwas hier an der Wand an Wahrscheinlich aufschlechzen Das ist denn noch Quacki Wie will ich das benutzen? Also ich Vielleicht macht man damit auch andere Sachen Ich hab keine Ahnung Ab geht's Ab geht's Ab geht's Ab geht's Drei Tage Ja rein Ich hab keine Muni mehr rein Wir müssen rein Auf die Beine wieder Leute Ruf da Auf die Olga Wer ist tot? Wart Oder das ist tot Easy Ich glaub das ist der beste Weg Hier ist wieder ne Box zum Hacken Wir müssen jetzt gehen Hacke wieder Ja hacken mal Ah shit Nochmal Wie funktioniert denn das Hacking Minigame? Du musst auf das Schloss zielen Dann läuft so ein Balken von links nach rechts Aber du musst immer im richtigen Moment drücken Ok Leute, pass auf, ich hab was für euch Erstmal nutze ich einmal ein Medikit Zeig, hab ich 20 Leben Hier Sepp 40 hast du Ja, 20 Ja genau mehr Wie flappt ihr jetzt? 40 Siehst du, wenn du die Leute anstattst Dann bleibt ja ein Charge drüber Zeig dir Freddy Fire Ja Ok Dalu geh mal vor Komm Dalu geh mal vor hier Mach mal die Tür auf Ist das F? Ist das F? Ja Da ist was noch größeres glaube ich Oh Gott Da ist was Dahinter ist E Dahinter ist der E Dahinten ist was, was einen Faden durch den ganzen Raum zieht Das sind Schlangenmonster Oh ja stimmt Oh kacke Pack mal kurz wie viele hier in dem Raum sind Auf Andi würde ich sagen 3 Das große Ding Obwohl ganz rechts kommen nochmal 3 Das große Ding ist in meiner Hose Oh Gott die stehen da hinten Irgendwas hat uns Irgendwas ist cooles aggro geworden Loll das Ding da hinten seht ihr das? Ja Wir haben eine Sentry geplatziert Da Da müssen wir sie jetzt nur anlocken Die müssen wir nur hier hin locken Da ist irgendwas was Dauer aggro ist Das ist das große fiese Ding Das ist schon aggro Warte Jetzt soll einfach hier hinkommen Oh der hat jetzt aggro oder? Nice Peter Jetzt auf jeden Fall AAH FLUCHT Jo die kommt Sentry What the fuck Do your fucking job Hinter die Sentry AAH Da kommen die Krabbel Aua 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 Wie schlecht ist die Sentry? Kann die Bandwerte die Dinger kaputt machen? Der schießt denen immer nur die Kopfe ab Oh das dicke Ding Was bist du denn? Das eine ist der den nicht kennt Hinter uns ist doch was Hinter uns? Ja von hinten spawnen was Ja What? Was? Oh ja Oh shit Ganz schön viel Ich hab 8 Ich bin tot Fuck Da kommen noch mehr Fehler Oh den hab ich no scope gegeben Nice one Ungebar Ich hab die Taschenlampe schon die ganze Zeit an Ich hab die Taschenlampe schon die ganze Zeit an Ich bin down Gardo du bist unsere letzte Chance Ja dafür muss ich jetzt mal ganz sparen Oh Gott für Glück Irgendwas schießt halt Ja hier bei mir der glaube ich Ich selbst Die kommen langsam Jetzt sind sie da Oh danke Nice Die machen wir weg Wir sind da vorne bei Peter her Oh hier sind noch ganz schön viele Oh hier sind noch ganz schön viele Das ist jetzt nicht viel Oh Gott das ist ein großer Ich hab noch 3% Ich bin tot Fuck da war noch einer auf dem Boden Mann Diese Krabbelviecher Ja Ich renne erstmal einen Meter zur Seite Weil du regenerierst glaube ich bis 20 regenerierst du Ja regenerierst du Da die Sentry macht den ein Töte den doch Alter dieses riesen Ding ist ja Viel Damage macht der kleine wohl Der hat 10 bestimmt gemacht Der Große kommt zu dir Der ist an mir vorbeigelaufen Der kommt zu dir Versteck dich Ja den Großen sehe ich Oh Gott oh Gott Charge den und dann rennst du einfach Der ist langsam Du kannst von dem wegrennen Und dann holst du uns Er wirft irgendwas Hier ist aber auch noch irgendein Vieh Mich kannst du glaube ich holen ne Peter ist weiter weg Auf jeden Fall bin ich weiter weg Die Sentry die sagt ja Halleluja ey Weiter weg von dem Monster Ok er kommt ne Er ist wieder in deinem Raum Ja Peter ist aber im Game Nice Ja gut Oh da hinten ist der Große Wir müssen Wir müssen ihn zur Oh scheiße Du kommst mich glaube ich nicht auf jetzt Er schießt ja Ah ok dann hol ich Sepp Und dann rennen wir hinter die Sentry Dann holen wir den da rein Ok er ist jetzt auf meine Leiche Er kommt grad rum Er ist jetzt auf Er kommt um die Ecke Ok er wird jetzt gleich verchargen Ok Wir rennen hier hinten hin Er spuckt Wir 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 Also die Sentry schießt halt in die Richtung So ich heil Wir heilen uns langsam Wo ist er denn? Ne ich bin schon auf 20 Er ist auf 11 20 reicht aber nicht Er macht 20 Damage Ok da rechts ist er Jo Komm Sentry schieß auf ihn Kann einer ausschlaufen Ja wir warten gerade Dass er noch bisschen mehr in den Raum reinläuft Alter Der kann über die Über die Blöcke drüber Ich versuch den gerade zu kiten Jetzt komm ich zu dir Die Downs ansicht ist ganz lustig Oh er hat mich down gemacht Oh man ey ich hab gerade versucht wegzurennen außen Ich hab hier so eine Granate hingeworfen Da hat er überhaupt nichts gemacht in der Kacke Nice Nice Oh Gott das war aber auch ein Drama Jetzt hab ich hier auch das Ich hab noch mal drauf gehauen ist wirklich tot Schon locker mit Rock Repeller und irgendwas anderem Könnten am Anfang nicht so viel schießen sollen glaube ich Ja da hast du überhaupt nicht Ich hab ein Ammo Pack Ok Ich weiß nicht wie ich das benutzen kann E gedrückt halten In die Hand nehmen E gedrückt halten Ok wie kann ich euch ne Ladung geben Wahrscheinlich vor uns stehen in die Hand drücken E gedrückt halten Ja Wir haben leider nur zwei Charges insgesamt Ja Rapp ist ja geborene Nahkämpfer Ja Ok Da vorne geht's zu 11E Da wollen wir ja hin für den Schlüssel Da sind wir in 11E Weil es keine Tür ist Sind wir in E? Ja wir sind in E oder? Ja wir sind in E Jo Moment müsste es nicht in E Achso scheiße der da hinten ist Ne Es gibt hier keine Tür mehr oder? Ja Ja auf jeden Fall noch ein Monster irgendwo Gibt's hier noch irgendwo ne Tür? Weil wenn nicht müsste hier irgendwo der fucking Schlüssel sein Ja weil wer weiß ob 11E Hier gibt's aber noch Hier gibt's drei Behälter die man aufmachen kann Ja aber die haben wir alle aufgemacht oder? Ich hab einen aufgemacht Würdest du aufmachen? Hier muss er in dem Stang sein Ah ok Sepp macht noch einen Stang Ja Im richtigen Moment Ja Wer hab ich? Mache Sepp Ja ist offen Da sieht doch nur aus Da ist der Schlüssel drin Da ist der Key Nice Der ist ja small Der ist ja winzig ist er Ok wir haben den Dann können wir zurücklaufen Jetzt können wir zurück zu der Tür ja Mit unseren geilen 20 Leben jeweils Keine Munition Haben wir denn überall alle Kisten aufgemacht? Vielleicht gibt's ja noch was ne? Ja ich glaub schon Medikit würden wir alle auf 40 Doch die werden markiert wenn die aufgemacht wurden Ja die nicht aufgemachten sind aber auch markiert Also ich seh keinen einzigen Ja genau Was ist das hier? Das ist ein Terminal nehm ich an Ja das kann sein ja Jetzt hat das einfach drauf und reingelaufen Das wird ein Terminal sein Muss ich da hinten hin? Wir müssen hier lang Wo bin ich hingelaufen? Ja hier will ich nicht hin Das ist nicht so Das sind Viecher Oh nein Alles klar Peter Du geile Küsschen Ah eventuell ein Fehler Wir müssen komplett in die andere Richtung Wir müssen vor allem hier etwas töten Wenn wir uns hinterher brennen Und vielleicht backstabben Sind hier noch Gegner hinter? Weil sonst könnten wir gucken Ob da noch irgendwas zu looten ist Aber wir sterben vielleicht da Das ist ja Nee ist frei Ist nicht klar Ist ein Behälter Ist ein Behälter Ist ein Behälter genau Hat sich doch gelohrt Ja aber hier sieht aus Als wenn hier einer durch will Oh oh Refill Pack Ist ein Tool Refill Pack Das Ding reagiert Möchte ich nur sagen Okay aber Tools nachzumachen Warte mal komm mal her Ich mach mal für jeden Tools Nicht das es aufgeht Jeder hat jetzt Tools Und da du kriegst jetzt Tools Das ist der Launcher ne Von mir der Foam Launcher ne Kann sein Du hättest das für dich benutzen sollen Für die Sentry Hab ich auch Ah ok nice Also hab ich benutzt aber Ihr sollt ja auch was haben Hier müssen wir hin Ok Äh rum Oder rum Oder rum Nee Ja hier wahrscheinlich Oder Ah du bist da rumgekommen Ja Ja das ist ein Terminal übrigens gewesen Ich hab nochmal nachgeguckt Sicherheitshalber Ja So und hier runter müssen wir Genau Hier rum Hier noch irgendeine Mutter am Leben Rechts lang Ja Und dann irgendwann krubbeln hören wieder Das war ich Achso Hier hat sich eine Eier gekratzt ne Ja Komm grad nach Äh ladet mal eure Waffen nach Falle der das noch nicht gemacht hat Hey Mit Munition Willst du das gerne tun Ja stimmt Du hast ja keine gekriegt Ok wir sind da Na Camper Äh Drei Mobs Direkt dahinter Ok ich mach mal auf Warning Alarm Detected Ja Kann ich hier machen Wir werden jetzt sterben Ich glaub auch Alter bist du hässlich Ja ist hässlich Können wir das irgendwie aufmachen bitte? Ja Es dauert wir werden erst gescannt Es dauert genau Was heißt das Seht ihr das? Äh Enter security scan to stop alarm Ja Oh mein Gott Oh shit Jo ich bin da Ähm Alter wie viele hier kommen Alles klar Ey Guck mal Ich bin down Ich bin auch down What the fuck Wuuu Alter was Boah Oah Oah Ja Das hätte jetzt aber nicht sein müssen Oh man Okay das ist jetzt That's it einfach jetzt Oder was Man hat den one try Und dann muss man wieder von vorne anfangen Genau Das Level nicht geschafft Okay gut Dann haben wir Das Level nicht geschafft Aber Horror war genug Auf jeden Fall Auf jeden Fall Das Spiel braucht noch ein bisschen Äh Entwicklungszeit würde ich sagen Das fühlt sich noch nicht so hundertprozentig perfekt an Also man muss irgendwie ein bisschen mehr schleichen Mehr Nahkampf Ja am Anfang vor allem Ja genau Also bei den einfachen Viechern weniger so Bei den großen Boss Viechern muss man vielleicht mal ein bisschen seine Waffen benutzen Ja Aber das war GTFO Ist noch in der geschlossenen Alpha aktuell Und äh Wird irgendwann vielleicht rauskommen Vielleicht auch nicht Wenn ich das richtig sehe noch 31 Tage 9 Stunden 17 Minuten Und 9 8 7 Sekunden steht da Was ist dann ist die Alpha vorbei oder kommt es dann raus Ja Alpha Rundown läuft noch 31 Tage steht hier Wenn du oben links auf Rundown drückst Ah okay Ja gut Die Alpha geht noch lange Man kann der Alpha aber nur diese eine Mission spielen Gut die ist aber zumindest schwer Finde ich dann ja schon mal ganz okay Auf jeden Fall Gut vielen lieben Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Hau rein Tschüss Tschüss Tschüss